so ich hoffe das wird jetzt nicht zu krank weil es ist ja schon fast ein uhr und ich werde nicht alle leute aufwecken kontrolliere deine umgebung ja alles gut alles bereit dieses spiel darstellung gewalt blut was ist denn hier los sagte scheiße ein knallkopf jetzt kommt er bestimmt ganz nah nee da nicht okay und story modus was ist denn hier hey leute was für eine coole fahrt wo kommt denn die hippe musik her ich wollte mich nur bedanken ich hätte nicht gedacht dass du kommst wir kommen jetzt nicht zu nahe nach dem dunkeln ich mag das nicht was sieht denn jetzt hier nicht weil ich hier so rumschreien muss hier wie bei resident evil okay los geht die fahrt ja wo sind meine waffen hin das ist aber nicht schön ohne waffen das ist ja eine angenehme reise haben danke 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 für die waffen was sind hier für missgestalten krass wie sich das anfühlt dann endlich munition oder was so die überladen irgendwann und dann achso wieso geht das jetzt nicht weiter was seid ihr von mir irgendwie passiert ja nix so was achso oder x ok das sind nochmal schöne headshots hier geil also ist schon schön präzise auch okay Das war für ihr. Ausweichen, okay. Und ducken. Aua! So weit ducken? Seid ihr verrückt? Jetzt liege ich ja richtig auf meinen Knien drauf, du! So. Jetzt geht's hoch. Ist irgendwas? Wow. Das wird jetzt abgehen. Ende in die Luft. Da kann ja jetzt nichts passieren, wenn ich keine Waffen habe. Wuhuuu! Los geht's! Wow! Wow! Okay! Der Baum hat gelacht! Ich schieße in deine Nasenlöcher! Was ist jetzt hier? Missgeburten kommen jetzt bestimmt ganz nahe. Ich hab' keinen Bock darauf. Da kommt er! Komm! Achso, ich hab' gar nichts. Das ist der nette Mann. Ja, hab' ich verstanden. Ich muss doch auf den Pfad drauf schießen. Ach da! Was ist das? Okay. Konntar hier missgestalten. Haha, die hört sich voll witzig an, die Uzi. Was? Oh, der noch. Naja, in letzter Zeit standen wir beide uns ja nicht gerade nahe. Let's go! Er geht gar nicht tot. Das war's. Ach so. Willkommen im Inferno, Trophäe. Ah cool, man kann auch vorhalten. Okay, es geht weiter. Ja, was soll ich machen? Überall grausame Stimmen. Da, da kommt der Opa um mir zu helfen. Der rettet mich. Muss ich mal so probieren, ob das so krasser ist. Aber ich hab ja zwei Waffen in der Hand. Was denn jetzt hier? Ist das einfach laden, oder was ist das? Ja, ne? Voll am laggen hier das Ding, oder was ist das? Ich hoffe nur, dass das kein schlechtes Omen ist. War nicht so freundlich hier, wie das aussieht. Alter, was sagt der denn? Ich hab mich voll erschrocken. Das ist wohl gut, das sind Punkte. Was soll denn der Scheiß da oben? Ich fühl mich hier wie am Hafen. Wie in der Hafenstadt. Und jetzt wie in China Town. Der krasst doch bestimmt aus, oder? Knallkopf. So, hier kann man alles kaputt schießen. Mal gucken, was sich in dem kleinen Tate verbirgt. Huhn! Alter! Damit hab ich irgendwie gar nicht gerechnet, dass er jetzt aus einer Kugel so ein Zombie wird. in dem kleinen Tate verbirgt. Oh! 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 euch, die kommen jetzt bestimmt alle rein, oh, f*** ich, alter, da erschreckt man sich doch ganz dolle, das ist geil, ohne zielhilfe oder so, einfach so, wie ich denke, dass es trifft krank, ey, wie soll ich mich denn da ducken, nach hinten raus ducken wahrscheinlich missgeburten ich bin hier richtig nach hinten gelegt, den Sitz, damit ich hier nicht irgendwo wieder gegenstoße ich weiß ja nicht, wie viel leben ich habe geil okay pump gun komputzi alter, die missgeburten alter, was machen die hier, die schieben das alles weg, die Schweine, jetzt kommen sie hier angelutscht bestimmt boah, f*** dich, alter das ist nicht so schön, wenn die immer so nah kommen boah, missgeburt, alter, krank, ey ich fahre halt noch ein bisschen die Uzi bei mir, bevor die weg ist aua schwäne das mag ich gar nicht, wie sich das hier angehört hat krass, was ist das denn? damit hat er auch nicht gerechnet, dass er jetzt da von den Braten gefressen wird, oder was ist da los? f*** euch! hä? was ist denn das so ne scheiße? scheiß raten nee, ey ach, da ist ja einer! ich dachte, das ist die Spiegelung der kommt einfach aus der ach! aus der Dimension da raus ja f*** ich missgeburt oh oh missow oh Oh, das Ball macht doch... Wow, Party! Krasser Scheiß! Mist! Jetzt kommt bestimmt irgendein Scheiß hier! Ja klar, und jetzt kommt genau von meiner Schnauze wieder! Nicht mit mir, du! Ich baller dir genau in die Fresse! Da! Ich baller dir in die Fresse! Alter, der kotzt mich an! Was ist das denn für ein Scheiß hier? Alter! Das wusste ich nicht, dass da jetzt wirklich so eine riesen Fresse vor mir ist! Missgeburt! Alter! Alter, voll die Missgeburten! Leg dich! Ich habe jetzt einen anderen Weg genommen! Damit habt ihr nicht gerechnet! Die Krüppel! Oh! Ausreichend! Und duckend! So! Hier sind da bestimmt irgendwelche Mistsäue! Ah! Eh! Da! Macht den Mistmann kaputt! Die alte Sau! Die wollen die nicht! Der stinkt! Boah, ey! Mit der Musik ist das verrückt auch noch! Okay, du Sauer! Alter, da verliert man immer Leben, oder was? Was ist das für eine Scheiße! Die wollen nur, dass ich meine Munition verballere! Du Krüppel! Krass, dass man seine Waffen so hört an den Ohren, wenn man die so bewegt! Hier wackele ich so rum! Ich merke das richtig! Ich höre das! Boah! Wo kommt der ihr Krüppel? Da! Ah! Mist! Sau! Alter! Was ist das ein Schwein! Sau! Fick dich! Alter, sind die hässlich! Fick dich! Alter, was ist das für eine Sau! Kramp, Mann! Wie so ein Revolverheld fühlt man sich, wenn da alles klappt! Geht's denn jetzt lang in den Ozeanen, oder wie? Hier ist mein Score! Boah! Ha! Ha! Geil! Hä! Schieß auf den Ventilmann! Oh! Hallo! Ach! Oh! Missgeburt! Fick dich! wo ist der krüppel da ist ein krüppel oder wo kommt der krüppel jetzt an wieder vor meinem ding wie kann er denn einfach unter meinem teil hier wieder lutschen achso ja, die Dinger hier deswegen was denn hier achso, jetzt wenn die ganze scheiße an hier da ist die Sau da gibt's Glatz Mistschweine, da ist er da kommen die an, die Karpenschwester ich baue doch euch die Schädels weg Mistau, in den Arsch so, die gehen nicht kaputt die sind aus Metall damit habt ihr nicht gerechnet ich mach mich jetzt aus dem Staub Drecksviecher das ist Leben anscheinend, ne? wenn ich das da hässlicher Mensch du krüppel scheiße scheiße sau alte Sau Drecksmensch erfickt euch doch mal alle sau sau Schweinepriester das ist noch krass wenn man hier nicht weiß wo die überall kommen, ne? aber hier gibt's ja auch mehrere Wege also wird nicht die erste nur die erste eine Überraschung sein achso, scheiße jetzt hab ich zweimal mit derselben verdammt nein yo Leute, ich komm jetzt hier schön sieht das hier aber nicht aus scheiße kann ich doch anfassen ne, ich muss ausweichen eh voll so'n scheiß kommt da raus Alter Mist sau Alter war ich hier nicht schon mal? ich gucke mir so vor, als ob ich hier im Kreis fahre ich hoffe mal nicht was ist das denn für ne Sau? Schweinepriester Fick dich kommt ja hier Schweine oh, so sau nur wenn ich das sage da steht auch direkt einer da Fick dich oh, so sau, alter voll die Gruppe ah, sau alter, komm oh, Fick dich so, Wichser halt, da war auf mich anzuknabbern hier von überall was ist denn hier jetzt los? sind diese neuen Trophäen-Dinger, glaube ich die man da kaputt machen muss ah, das ist der Typ vielleicht hab ich's ja geschafft hab ich's geschafft hey lass mich nicht alleine ich will nicht hier rein es ist nicht so schön, wenn die Musik hier kommt oder hab ich's geschafft? Leute hier kommt's nochmal zum Showdown bestimmt Schweinepriester ja klar was ist jetzt los, ha? das ist ein Mensch ja, ich will die doch nicht umbringen kann ich ihm helfen? ich mach das Glas kaputt hier oben oh, scheiße bring ich den grad um? ich muss das wohl machen sonst geht's nicht weiter, Bro oder? komm mal weiter doch es muss so sein ich kann nix dafür es wird von mir verlangt andernfalls sterbe ich was? auf das Ventil schießen? schieße ich doch die ganze Zeit aber dadurch stirbst du doch ja, du willst das doch dass ich auf die Ventile schieße warum schreist du dann da rum? ich mach das doch schon so, und ist er und jetzt komm was ist denn das so ne Scheiße? ach mal ganz ruhig so 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 das ist denn das so ne Scheiße verstehe ich nicht warum ich dann hier bleiben muss warte so und dann ach so ist alles gleichzeitig okay jetzt hab ich's gecheckt ja und jetzt? jetzt können wir doch weiter, oder? oder was ist jetzt hier los? hä? ach so das hätte ich bestimmt schon die ganze Zeit machen können verdammt dort ist er aber das wollte er also er hat die ganze Zeit gesagt schieß auf die Ventile ja warum steht hier mein Highscore und das sieht so aus als ob es immer noch weiter geht Jungfernfahrt überlebt ja aber geil ja wie speicher ich denn jetzt hier? oder kommt das immer dieses hier? check ich nicht warum man da so kurz sitzt geht das jetzt einfach weiter, oder was? ich wollte auch mal ne Pause machen genau dann mach ich erstmal ne Pause das ist ja krank aber cool